Für schnelleres Internet erhalten mehrere Gemeinden aus dem Reutlinger Landkreis und dem Zollernalbkreis Fördergeld vom Land. Das gab das für Digitalisierung zuständige Ministerium am Freitag in Stuttgart bekannt. Insgesamt rund 435.000 Euro gingen an die Städte Hayingen und Hechingen und die Gemeinden Biesingen und Grosselfingen. Die Fördermaßnahme ist Teil des Breitbandförderprogramms 2019 des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration.